Guten Morgen liebe YouTube-Freunde, es ist jetzt 10 nach 5 Umstellen für ein zweites Mal bewässern, damit ich da meine 2 Hektar bewässern kann, müssen wir da geben, das nicht unter einem Mal. Da kommen die gestatten. So, 6 Uhr Sonnenaufgang und der Haspel läuft wieder, die Bewässerung läuft. Ja. Ja. Ja, liebe Mutter Freunde, es ist jetzt halb 12, der Wind ist aufgekommen und ähm... So, halb zwei, ähm, das Feld ist fertig. Fertig bewässert. Fertig bewässern. Fertig bewässern. Fertig bewässern. Fertig bewässern. Fertig bewässern. Fertig bewässern.